Applaus 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 Ich fühl mich nach wie vor der Oste hier im Hesseland, dem schönen Fleckchen her, wo einst meine Wiegestadt. Letz' sie mir mal ganz ehrlich, ja, wo könnte es schöner sein, als in Frankfurt, Darmstadt, Kassel oder Opebach am Main. Ja, ja, mir. Wir essen die Beste, die wohl gibt, unsere Gläser sind glatt, die sind gerückt. Wir trinken unseren Äpfelbräu, die griechischen Dorscht und haben wir Hunger, essen wir alle Borscht. Vielen Dank.